Sie hat ihr Bestes gegeben Für ihre Tochter und ihr Land Sie hat ihr Geheimnis noch genannt Und bezahlt mit ihrem Leben Sie fragte sich, was wird geschehen In manchem stillen Augenblick Sie hoffte auf ein bisschen Glück Und dass die Liebe bleibt bestehen Liebe bleibt bestehen Königin Sireneti war Im Königreich des Mondes Eine gute Herrscherin Sehr stark und doch auch verletzbar Königin Sireneti gab Selbstlos ihr Leben hin Sie setzte den Silberkristall ein Sie zerschlug das Böse Bevor sie starb Sie hat ihr Leben hin 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 sie hat ihr Geheimnis genannt und bezahlt mit ihrem Leben. Königin Sireneti war im Königreich des Mondes eine gute Herrscherin sehr stark und doch auch verletzbar. Königin Sireneti gab selbstlos ihr Leben hin sie setzte den Silberkristall ein sie zerschlug das Böse bevor sie starb. sie hat ihr Bestes gegeben und bezahlt mit ihrem Leben. sie hat Untertitelung des ZDF, 2020